In diesem Video zeigen wir dir die Funktionen der Tonybox. Dafür benötigen wir eine installierte Tonybox mit Zugang zu einem 2,4 GHz WLAN und einen Tony oder Kreativ-Tony. Das Video zur Installation einer Tonybox findest du hier. Stell den Tony auf die Tonybox und achte auf die LED. Blinkt sie blau, warte kurz bis die Geschichte fertig geladen ist. Leuchtet sie konstant grün, geht es weiter. Nimmst du den Tony von der Tonybox, macht sie Pause. Stellst du ihn zurück, geht es nahtlos weiter. Kippe die Tonybox, um zurückzuspulen oder vorzuspulen. Gib ihr einen kleinen Klaps, um ein Kapitel vor- oder zurückzuspringen. Ruhig etwas fester. Hey, hier geblieben! Also, noch einmal mit Gefühl. Ganz genau so. In den Einstellungen der Tonybox kannst du die Spul- und Klapsrichtung ändern oder die Funktion sogar ganz ausschalten. Um die Änderungen zu übertragen, synchronisiere deine Tonybox. Halte dafür ein Ohr gedrückt, bis du diesen Ton hörst. Anschließend läuft die Tonybox nach deinen Wünschen. Die Ohren dienen außerdem als Lautstärkeregler. Mit dem kleinen Ohr machst du leiser. Mit dem großen lauter. Die maximale Lautstärke lässt sich ebenfalls festlegen. Danach wieder kurz die Tonybox synchronisieren. Und fertig. Wir wünschen viel Spaß beim Loshören und Ausprobieren. Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz. Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz-Tz.